Ah, da ist es hier. Das sind das Alona-Rennen, auch irgendwo was rum. Äh, auch ne Linie, gleich die Richtung, wo ich angesagt habe. Der vorne im Arte-Hügel. Ja, ich sehe sie. Oder? Andee. Direkt vor uns. Rechtsstaffeln. Wir haben Arte-Hügel, ja auch so. Abbrechen-Linksstaffeln. Wir sind vorhin auf Reutersche Forst. Und schnell vorbeigehen. Nicht zuberspringen. Keine Kugeln fangen. Das kippt's in der Ousne. Ne, die sind an. Ne, die sind an. Rechtsstaffeln stehen. Da. Heilen. Mach einen Seitenstaat. Und charge. Bleibt den Jäger? Arte auf den Schein. Ja! Ja! No! Ja! Und dann schaust es. Ja! 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 mehr im Block laufen jetzt scharzt die noch weg eiskalt BÄÄM aufziehen oh der hat noch Schüsse Awww Du hast dich ausgerechnet, nicht schießen Komm, machst du weg Easy Recken Schön extra, schön gut doppelt Ey, Rock'n Sehr schön, das war eine schöne Runde Sehr gut, sehr gut Sehr schön, alle GG Und das war mein K Auf jeden Fall ist eine schöne Runde und witzig war sie auch am Ende, richtig? Ist das Skipper? Ja, auf den Zug killen Skipper ist schon orange, ne, sie ist wieder da Exos Ja, sorry Ich trete aus gutem Grund, er war der Schieber Ach Er verblühtet jetzt Verschieds nicht Organisation John Ja, liebe Zuschauer jetzt kommen wir zur Abschlussbesprechung Ja, ich hab nochpty 같 dados Wir müssen vorher noch eine Runde laufen Nöööö Warum? Haben wir doch besser. Für nichtdisziplinmäßiges Verhalten. Scheiße, hat man Muskelte weggeworfen. Was kommt denn jetzt noch in den Map? Nö. Kann ja gar nicht sein. Nee, aber nochmal zur Info. Nach der Runde stellen wir uns ruhig hin und wenn ein Gegner kommt, lockt ihr den weg. Mehr nicht. Ihr killt den nicht. Kann gar nichts. Auch wenns Teammates sind. Ihr tutet niemanden. Boah. Ihr tutet niemanden. Schön roten. Ja, das kennen wir ja schon. Oh, Setblende. Keine sind gerade hinter mir. Leute, richtet euch mal aus. Einen noch ein Stück nach links. Gut, liebe Zuschauer. Ich beendet heute schon mal das Video mit voraus, weil Nachbesprechung ist wie die meisten eher etwas langweilig. Von daher wünsche euch noch einen schönen Abend. Guckt mal bei YouTube rein. Wurde für mich bei Top Streamers. Und wir sehen uns dann spätestens morgen zu einem anderen Spiel wieder. Nicht zu Mount & Blade. Das kann ich aber versichern. Wir werden morgen einen längeren Stream-Tag machen mit verschiedenen Spielen. Vielleicht Age of Empires oder Age of Mars 3 oder 2. Mal schauen, was so anliegt. Auf was ihr Bock habt. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vielen Dank.